Heimstark. Heute hat es leider nicht geklappt. Wir haben die Möglichkeit, die haben die nicht genossen. Der Tor passiert immer. Es ist leider heute so gelaufen und wir müssen erst die Köpfe frei kriegen. Die beiden Tage ist wieder das richtige Spiel in Zorakaien. Wie macht man das, die Köpfe frei kriegen?